ja leute ich muss noch ein bisschen frei von der leber weg was quatschen das hört sich jetzt dramatisch an als es ist es ein thema was mich in letzter zeit voll voll beschäftigt weil ich nicht mehr so viel lese und ich frage mich so ein bisschen woran das liegt also ich habe das gefühl die so viele leute die die einfach generell schon wenig lesen oder gar nicht lesen heutzutage die sagen ganz oft so also entweder sagen sie natürlich sie mögen das aber nicht so schauen lieber serien oder so filme was da voll okay ist oder sie sagen auch ja ich würde ja gern aber mir fehlt halt die zeit und ich fand das ist immer so einen blöden satz weil das so so eine ausrede ist dann dann ist es nicht die zeit weil du hast genau die gleichen 24 stunden wie jeder andere auch dann ist das einfach nur nicht eine priorität und das ist ja voll okay aber dann sagt es doch dann sagt doch einfach ja ich habe halt keine zeit fürs lesen ich mache lieber andere dinge wenn ich entscheiden muss ob ich lieber ein buch les oder lieber was anderes mache dann entscheide ich mich für das andere dann ist doch nicht die zeit das problem dann ist die priorisierung das problem und ich habe jetzt zurzeit das gefühl ist es bei mir eigentlich genauso ich wenn leute mich fragen was hast du in letzter zeit gelesen dann sage ich immer so brauche ich komme irgendwie nicht dazu ich habe keine zeit fürs lesen und das ist irgendwie dann ist mir das letztens mal aufgefallen dass das das eigentlich genau dieser satz ist den ich selber immer so blöd finde weil es ist tatsächlich so es liegt nicht daran dass ich keine zeit habe ich habe die gleiche zeit die ich schon schon immer habe aber ich habe gerade andere dinge die mir wichtiger sind und das ist irgendwie ja auf der einen seite ist es ja ist es ja schön und gut auf der anderen seite auch irgendwie gruselig weil ich total gerne lese eigentlich und ich ich liebe das in geschichten einzutauchen und ich liebe das gerade in dieser welt in der so viel passiert in der so viel anderes ist einfach mal gerade auch in wo gerade auch technisch gesehen so viel passiert also alles vieles was man macht ist halt so technisch so vieles am handy am computer oder so und dann mag ich es total gerne einfach mal in so eine papierwelt zu fliehen und mir dafür die zeit zu nehmen das ist so hat so was oldschool mäßiges und das das ist total cool eigentlich und jetzt zurzeit ist es so dass ich das gar nicht mehr so mag dann denke ich ja ach ja ich würde gern mal wieder lesen und setze mich hin und denke mir gut die zeit die könnte ich jetzt auch damit verbringen selber mal wieder was zu schreiben das ist was was ich zurzeit super viel mache also ich schreibe ja schon seit paar jahren wieder selber viel aber so viel wie zur zeit habe ich schon aber habe ich noch nie selber geschrieben der boden bebte und peter zahl raste er fragte sich warum er das noch nie mitgekriegt hatte wahrscheinlich war er bisher genauso durch die welt gegangen wie all die anderen leute um ihn herum die auch jetzt noch keine notiz davon zu nehmen schienen das ist eigentlich was was man das ist was man wirklich was mir mega viel spaß macht weil es auch wirklich es sind so es ist das gleiche phänomen wie geschichten lesen bloß dass ich es aktiv dass ich hier aktiv dann was mache und das ist hat auch noch mal was aber ich habe natürlich auch ich habe auch ganz viel andere dinge das hat so sage ich mal mit mit dem ende des letzten winters angefangen dass ich einfach viel mehr in meiner freizeit mache also ich hatte einfach viel weniger programm in meiner freizeit und wenn ich heim kam dann hatte ich halt einfach wirklich viel zeit zu lesen und hab dann auch gelesen und ich kann mich daran erinnern dass es eine zeit gab wo ich wirklich konsequent 50 seiten am tag zu lesen geschafft habe und das schaffe ich bei weitem nicht mehr also manchmal schaffe ich 10 20 seiten am tag aber halt auch nicht jeden tag also es gibt tage an denen ich gar nicht lese weil ich andere dinge mache und das ist cool das sind dinge die mir spaß machen ich habe ein paar neue hobbys in meinem leben gefunden die ich mache treffe treffe freunde das ist alles das ist alles cool und das würde ich alles nicht aufgeben wollen aber ich will auch nicht dass auch ich will eigentlich auch nicht das lesen aufgeben das ist echt ein problem finde ich letztlich ist es das lesen was drunter leidet aber ich finde es doof es ist jetzt nicht so dass ich sage mein schön und gut ich habe jetzt ein paar andere dinge gefunden die ich gerne mache und jetzt leidet halt das lesen ein bisschen drunter es ist das lesen zieht den kürzeren aber ich finde es trotzdem doof und ich weiß nicht wie ich das ändern kann also keine ahnung mir auch noch mal da zeiten zu setzen irgendwie einen festen tag eine feste zeit zu setzen wo ich wirklich sagt da lese ich könnte ich machen das wäre so ein bisschen auch mein stil ich bin gern so ein typ der sowas macht aber irgendwie ist es halt auch doof wenn ich jetzt beispielsweise sage ich lese immer an diesem und jenen wochentag lese ich eine stunde das ist auch nur eine stunde in der woche und was ich auch so frustrierend finde daran wenig zu lesen ist dass man halt nicht vorwärts kommt das ist so das ist wirklich frustrierend man hat so ein buch das ist eigentlich ein total dünnes buch und dann fängt man das an und liest alle paar tage mal ein bisschen und kommt einfach nicht vorwärts auch wenn das buch super spannend ist und ein gutes buch möglicherweise ist kommt man nur langsam vorwärts und das ist frustrierend und das ist auch demotivierend das ist wirklich demotivierend ich habe das gefühl man muss also ich habe das gefühl ich muss viel lesen damit ich motiviert bleibe so ein bisschen lesen ist super demotivierend letztlich also ich rede dieses video gerade super von der frei von der seele weg ich habe mir da jetzt sehr sehr wenig konzept überlegt was ich hier sage und deswegen habe ich auch keine lösung parat aber letztlich so auf der einen seite habe ich das gefühl es müsste doch eine lösung geben ich müsste mir doch irgendwie was überlegen können wie das funktionieren kann aber auf der anderen seite denke ich mal so ist halt auch irgendwie das leben es gab eine zeit in der habe ich richtig viel gelesen und das war halt diese zeit und jetzt habe ich ganz viele andere dinge in meinem leben die halt auch cool sind und vielleicht sollte ich mich einfach nicht so damit fertig machen dass ich jetzt halt nicht so viel nicht mehr so viel lese vielleicht ist das auch das problem vielleicht bin ich zu vielleicht denke ich zu viel darüber nach dass ich jetzt weniger lese aber ich weiß auch nicht ob ich das abschalten kann es ist gerade also was das lesen angeht ein riesen chaos in meinem kopf es ist wirklich es ist wirklich so ich habe gerade tausend bücher ich habe bücher die ich super gerne mal lesen würde es gibt bücher die ich sogar schon mal angefangen habe die ich aufgehört habe weil gerade was anderes doch irgendwie spannender war und die ich aber trotzdem nicht weg tun möchte weil ich nicht sagen weil ich habe die jetzt abgebrochen und lese die nie wieder weiter ich will die auf jeden fall doch noch weiter lesen und dann kommt ständig ein neues buch dazu und ein neues buch ist immer interessanter egal was es ist es ist in meinem kopf immer neu ist irgendwie also ein buch was neu bei mir eingezogen ist ist und hat sowas frisches und das will ich jetzt eher lesen und dann ist immer das was ich zufällig gerade im hunglubel sehe und mitnehmen ist gerade das spannendste und die die je älter die bücher werden desto weniger attraktiv sind sie eigentlich für mich und das nervt mich auch total das das klingt jetzt gerade alles mega nach so first world problem es ist also es ist ja schon wirklich nicht mal feierlich es klingt so was hat der für probleme hat der keine anderen probleme aber das ist halt so sind halt so die gedanken die ich mir zurzeit so ein bisschen mache das ja mich würde mal interessieren voll wie es anderen damit geht also ja ich war immer der typ der sagt so hey wenn du lesen willst dann das lese einfach dann liest einfach dann nimm dir die zeit dafür aber mittlerweile kann ich das voll nachvollziehen wie schwierig das ist ich kann das nachvollziehen dass man gerne lesen möchte und dann diesen satz sagt aber ich habe keine zeit dafür obwohl das völliger bullshit ist weil die alle menschen haben die gleichen 24 stunden zur verfügung und es kommt darauf an wie man sie nutzt und je mehr ich das bedenke desto mehr denke ich ist es ganz eine natürliche ganz natürlicher vorgang dass das jetzt gerade das lesen bei mir einfach an zweiter stelle ist weil ich ganz klar sagen kann ja ich würde gerne wieder mehr lesen aber ich will die anderen dinge die ich gerade beim leben macht die möchte ich viel weniger aufgeben tja und dann ist es halt so letzten endes was das ganze jetzt für diesen kanal bedeutet wird es einfach so weitergehen wie die letzten wochen und monate also ich weiß nicht ob das überhaupt irgendwem aufgefallen ist es waren in letzter zeit deutlich weniger videos als so letztes jahr sage ich mal beispielsweise aber ich lese auch gerade noch was und ich hätte das buch vor zu ende lesen und ich werde dazu dann eine buchvorstellung machen es wird so weitergehen ich lese schon noch weiter aber es wird halt größere abstände geben zwischen den büchern und den buchvorstellungen aber je mehr ich darüber nachdenke desto mehr denke ich who cares es ist so ja mei dann sind es halt weniger und lese ich halt weniger aber ich glaube wenn ich mich damit abfinde dann kann es mir auch wieder mehr spaß machen also an sich das lesen macht mir voll spaß das ist nicht das problem genau also es wird weiter videos geben es wird mir weiterhin auch spaß machen die videos zu machen das ist auf jeden fall außer frage genau doch Das war's für heute.